Der Boos-Kanal ist wieder da. Da ich schon in meinen letzten Videos immer mal wieder ein Booster von Star Wars geöffnet habe und dass ich da immer schon keine schlechten Karten rausgezogen habe, ich habe immer jeweils einen Force-Meister gezogen, dachte ich, ich habe hier nochmal drei Booster geholt. Und ich dachte, ja, ich öffne die jetzt mal. Dann fange ich auch gleich mit dem ersten an, keine Zeit zu verlieren. Hier ist die Holo-Karte. Dann, ich hoffe, man kann die Karten gut erkennen. Und einmal ein Fahrzeug. Okay, dann kommt hier die Rare sozusagen. Das ist einmal eine Star-Karte. Okay, das ist natürlich nicht mein Fall. Hier hinten kann man auch wieder schön erkennen, was es wo die Karten gibt. Also zum Beispiel diese Star-Karte, die ich gezogen habe, gibt es in jeder zweiten Packung. Den Force-Meister gibt es immer in jeder fünften. Okay. Das war jetzt nicht mein Fall, die Karte. Aber es ist auch nicht so schlimm, ich habe ja noch zwei Booster. Fange ich jetzt auch gleich mit dem nächsten an. Oh, einmal den Jedi-Ritter als Puzzlestück sozusagen. Dann den, den es auch als Limited Edition gibt. Nochmal zwei Puzzleteile. Dazu gleich drei Puzzleteile in einer Packung sozusagen. Okay. Dann komme ich hier mal zu meiner Rare. Oh, diesmal keine Rare. Diesmal gar nichts, wahr? Okay, also dann freue ich mich nur über die drei Puzzleteile, ansonsten war es ein Scheiß-Booster. Okay, dann komme ich hier zu meinem Letzten. Ich sehe hier einmal ein Fahrzeug wieder. Captain Typo, wie immer. Und dann noch hier. Was soll ich sagen? Zwei Fahrzeuge. Eine Star-Karte. Und drei Puzzleteile. Ansonsten haben die Scheiß-Booster leider nichts gebracht. Ich glaube, ich mache da nochmal ein Video drüber. Vielleicht schaffe ich auch nochmal fünf zu bekommen. Ansonsten war es das auch schon. Also es war eine magere Ausbeute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet uns wieder ein. Der Bus-Kanal.